Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, am Montag hat das Landeskabinett die Lehrkräftebedarfsprognose zur Kenntnis genommen und damit auch zur Kenntnis genommen, dass es im Bereich der Grundhaupt- und Realschullehrkräfte ein Problem gibt, Nachwuchs zu finden. Und es wäre schön gewesen, wenn man das nicht nur zur Kenntnis genommen hätte, sondern wenn man auch die entsprechenden Maßnahmen, diesem Problem zu begegnen, ergriffen hätte. Und dazu gehört eben nicht, Mitte diesen Jahres zu beginnen, die Grundhaupt- und Realschullehrkräfte mit einer kleinen Zulage von 50, 60 Euro netto abzuspeisen, sondern zu sagen, ihr seid uns genauso viel wert, wie die Sonderpädagogen, die Berufsschullehrkräfte oder die Gymnasiallehrkräfte. Und ich würde mir wünschen, dass gleich Vertreter der Regierungsfraktion einmal deutlich machen, warum die Tätigkeit der Grundhaupt- und Realschullehrkräfte in unseren Schulen nicht die gleiche Wertigkeit besitzen soll, wie die Tätigkeit der anderen Lehrkräfte. Und das, was den Lehrkräften in unserem Land eben nicht mehr reicht, ist zu sagen, aber das war schon früher so. Die Zeiten haben sich geändert. Und wer dann tatsächlich, wie in den Stellungnahmen der Ministerien zu diesen Eingaben noch davon schreibt, dass die Tätigkeit der Gymnasiallehrkräfte höherwertig ist, ja, der war wahrscheinlich selbst schon lange nicht mehr in den Grundhaupt- und Realschulen und Oberschulen unterwegs in diesem Land. Natürlich können Gymnasiallehrkräfte für sich in Anspruch nehmen, auf einem anderen wissenschaftlicheren Niveau zu arbeiten. Aber ich kenne kaum einen Gymnasiallehrer, der sagt, Mensch, auch für A13 würde ich gerne mal mit einer höheren Unterrichtsverpflichtung an einer Hauptschule in Salzgitter beispielsweise unterrichten. Die Arbeit ist eine andere, aber die Arbeitsbelastung und die Intensität ist eben auch dort gegeben. Und deswegen ist es an der Zeit auch den Lehrkräften an Grundhaupt- und Realschulen, Gesamtschulen, Oberschulen im Land Niedersachsen deutlich zu signalisieren, und zwar jeden Monat mit A13, dass wir ihnen dieselbe Wertigkeit zu bemessen wie den anderen Lehrkräften. Und ich möchte Sie bitten, jeden Einzelnen hier, jeder von Ihnen aus den Regierungsfraktionen, der nicht wirklich erklären kann, warum es diesen Besoldungsunterschied noch gibt, der möge bitte unseren Änderungsanträgen zu dieser Eingabe zustimmen. Ansonsten gehen Sie tatsächlich mal in die Grundhaupt Realschulen, Oberschulen im Land und sagen den Lehrkräften, warum sie aus ihrer Sicht dann zu Recht weniger verdienen als die anderen Lehrkräfte im Land. Wenn Sie das nicht erklären können, und ich glaube, viele können es nicht erklären, weil ich kann es auch nicht mehr erklären, dann stimmen Sie unserem Änderungsantrag zu und sorgen Sie dafür, dass Lehrkräfte in Niedersachsen für die gleiche Wertigkeit an Arbeit auch den gleichen Lohn bekommen.